Gute Leute, hier ist der Zampe, der Experte bei MeinKickTV, das neue Portal, wo wir berichten über die ganzen Amateur-Ligen von unten bis oben. Ich persönlich finde es eine super Sache, weil endlich mal auch über die Amateur-Ligen berichtet wird. Da fallen auch überragende Tore und ich hoffe, dass ihr sie auch aufnehmt und auch auf unser Portal zeigen könnt. Wenn ihr Ideen habt für uns auf Facebook oder auf unserer Internetseite, schickt uns alles, was ihr habt. Habt an Fragen überhaupt kein Problem. Zu meiner Person, ich mache sehr gerne einen Experten, weil ich glaube ich viel Hintergrundinformationen habe über die Amateur-Ligen und euch auch Tipps geben kann. Ich war selbst Fußballer bei Eintracht Frankfurt Mainz 05 und bei WN Wiesbaden, da war ich auch noch als Trainer tätig. Bei Darmstadt 98 habe ich den Aufstieg mit in die 3. Liga gemacht, als Scout-Trainer, Fitnesstrainer und Co-Trainer. Also von daher weiß ich, wie man aufsteigt. Ich weiß auch, wie man nicht absteigt. Das habe ich mit Mainz 05 fünf Jahre lang bewiesen und auch mit Eintracht Frankfurt. Und wie gesagt, kommt auf unser Portal, habt Ideen, schmeißt uns alles zu und dann werden wir das Ding hier rocken und wir werden viel Spaß miteinander haben.